Landtagswahlen 2023 in Südtirol Dieses Video erklärt in leichter Sprache. Das ist wichtig für das Wählen. Am 22. Oktober 2023 sind in Südtirol Landtagswahlen. Die Landtagswahlen sind wichtige Wahlen. Bei den Landtagswahlen werden 35 Personen gewählt. Diese 35 Personen heissen auch Landtagsabgeordnete. Die Landtagsabgeordneten arbeiten dann im Südtiroler Landtag. In diesem Video erklären wir, das ist wichtig für das Wählen. Was braucht man zum Wählen? Heute sind Landtagswahlen. Herr Müller möchte auch wählen. Dazu braucht Herr Müller seine Identitätskarte und einen gültigen Wahlausweis. Auf dem Wahlausweis sieht Herr Müller, an dieser Adresse kann ich wählen. Dieser Ort heisst Wahlsektion. Und die Wahlsektion hat eine Nummer. Diese Nummer bedeutet, in diesem Zimmer kann ich wählen. Viele Menschen gehen wählen. In der Wahlsektion warten schon die Stimmzählerinnen und Stimmzähler. Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler sitzen hinter einem Tisch. Herr Müller meldet sich für die Wahl an. Herr Müller gibt der Stimmzählerin seine Identitätskarte und seinen Wahlausweis. Die Stimmzählerin kontrolliert diese Dokumente. Dann bekommt Herr Müller von der Stimmzählerin den Stimmzettel und einen Bleistift. Herr Müller geht dann in eine freie Wahlkabine. Was macht Herr Müller in der Wahlkabine? In der Wahlkabine macht Herr Müller seinen Stimmzettel auf. Auf dem Stimmzettel sieht Herr Müller auf der Innenseite viele Bilder. Diese Bilder heissen auch Listenzeichen. Jede Partei hat ein anderes Listenzeichen. Herr Müller kann nur eine Partei wählen. Herr Müller sucht das Listenzeichen von dieser Partei. Dann macht Herr Müller mit dem Bleistift ein Kreuz auf das Listenzeichen von dieser Partei. Jetzt hat Herr Müller eine Partei gewählt. Das ist das Wichtigste. Dazu kann Herr Müller jetzt auch noch Kandidatinnen und Kandidaten aufschreiben. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind Frauen und Männer. Diese Frauen und Männer treten zur Wahl an. Neben dem Listenzeichen mit dem Kreuz von Herrn Müller sind vier leere Zeilen. Auf jede Zeile kann Herr Müller den Namen von einer Kandidatin oder von einem Kandidaten schreiben. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen zur Partei mit dem Kreuz auf dem Listenzeichen gehören. Herr Müller kann bis zu vier Kandidatinnen und Kandidaten aufschreiben. Und Herr Müller schreibt immer den Vornamen und den Nachnamen von den Kandidatinnen und Kandidaten auf. Der Stimmzettel ist gültig mit einem Kreuz auf einem Listenzeichen oder mit einem Kreuz auf einem Listenzeichen und den Namen von Kandidatinnen und Kandidaten. Die Menschen können bis zu vier Namen aufschreiben. Herr Müller gibt den Stimmzettel der Stimmzählerin. Herr Müller hat seinen Stimmzettel fertig ausgefüllt. Dann faltet Herr Müller seinen Stimmzettel wieder zusammen. Herr Müller bringt seinen Stimmzettel und den Bleistift der Stimmzählerin. Die Stimmzählerin wirft den Stimmzettel von Herrn Müller in die Wahlurne. Der Stimmzähler macht jetzt einen Stempel in den Wahlausweis von Herrn Müller. Der Stimmzettel bedeutet, Herr Müller hat bei den Landtagswahlen mitgemacht. Herr Müller hat gewählt. Der Stimmzähler gibt Herrn Müller seine Identitätskarte und seinen Wahlausweis zurück. So wie Herr Müller gehen auch viele andere Menschen in Südtirol wählen. All diese Menschen haben zusammen den neuen Landtag gewählt. Am 22. Oktober 2023 sind Landtagswahlen in Südtirol. Möchten Sie mehr Informationen? Weitere Informationen finden Sie in unserer Wahlbroschüre in leichter Sprache. Am 22. Oktober 2023 sind Landtagswahlen in Südtirol.